Brennend heißer Wüstensand. Ihr seht hinter mir Kamele, Sanddünen. Wenn ihr denkt, dass so der Lebensraum von Leopardgeckos aussieht, dann liegt er da ja ziemlich daneben. Hier ist es viel zu warm und viel zu trocken, als dass die hier überleben könnten. Und die würden auch in dem weichen Sand ständig einsinken. Es gibt Geckos, die hier leben, die sich hier sehr, sehr wohl fühlen, aber Leopardgeckos gehören definitiv nicht dazu. Wenn ich ganz ehrlich bin, mir ist es hier gerade auch viel zu warm. Deswegen gehen wir jetzt wieder ins Kühle und ich erkläre euch dort, wie der Lebensraum von Leopardgeckos aussieht und was wir davon lernen können, wie wir die am besten im Terrarium halten. Terrarien gibt es aus ganz unterschiedlichem Material. Es gibt Glasterrarien, es gibt welche aus Holz, aus Verbundstoffen und welches Material man verwendet, ist eigentlich relativ egal. Jedes Material hat so ein bisschen Vor- und Nachteile. Holz beispielsweise kann die Wärme besser speichern, das heißt, man braucht weniger Watt, ist etwas stromsparender. Glas sieht meiner Meinung nach etwas hübscher aus, man kann es besser reinigen, aber es ist bei Leopardgeckos eigentlich relativ egal, welches Material man nimmt. Was nicht egal ist und womit wir uns wirklich intensiv beschäftigen müssen, ist die Größe, die so ein Terrarium hat. Wir haben jetzt hier ein Terrarium stehen. Das ist 90 cm lang, 40 cm tief und 60 cm hoch. Das sieht sehr groß aus. Wenn man sich immer vorstellt, dass ein Leopardgecko sein ganzes Leben drin leben muss, dann ist es wirklich das absolute Mindestmaß. In einem Terrarium von dieser Größe kann man ein Einzeltier halten. Man kann, wenn man ganz viel Glück hat und das Terrarium sehr gut eingerichtet ist, auch mal zwei Weibchen da drin unterbringen, aber für eine dauerhafte Unterbringung ist es eigentlich wirklich zu klein. Wenn man mehrere Tiere halten möchte, also beispielsweise ein Männchen mit drei Weibchen, dann sollte das Terrarium mindestens 1,20 m lang sein, 60 cm tief und 60 cm hoch. Das ist eine Terrariengröße, mit der man dann wirklich auch deutlich schöner arbeiten kann, wo man auch mehr Material reinlegen kann, wo sich die Tiere auf jeden Fall auch wohler fühlen. Also je größer, desto besser. Bei Terrarien ist es auf jeden Fall so. Ja, mit dem Terrarium alleine ist es natürlich noch nicht getan. Das muss eingerichtet werden. Wir brauchen Wärme, wir brauchen Licht, wir brauchen Versteckplätze. Und das werden wir uns jetzt alles zusammen angucken. Die verschiedenen Arten der Leopardgeckos haben ein sehr großes Verbreitungsgebiet. Sie kommen in halbtrockenen Regionen vor. Im Irak, Iran, Turkmenistan, Afghanistan, Syrien, der Türkei, Pakistan und Indien. Für einen Eindruck vom Lebensraum des westlichen Leopardgeckos haben wir eine Expedition in den Iran unternommen. Im Zagrosgebirge kommen die Geckos in einer steppenartigen Landschaft vor. Hier dominieren lehmige Böden, Steinformationen, Gräser und niedrige Büsche. Die Leopardgeckos haben ihre Verstecke unter großen Steinen. Sie kommen erst abends aus ihren Verstecken hervor. Hier kann man ein Jungtier sehen. Nach der langen Winterruhe ist es noch ziemlich dünn. Der kleine Leopardgecko nutzt Deckungen und klettert durch seinen Lebensraum. Diesen Abschnitt des Lebensraums stellen wir jetzt im Terrarium nach. Da sind wir schon wieder zurück aus dem Iran. Ihr habt gesehen, auch hier im Terrarium hat sich schon einiges getan. Hier ist jetzt eine Rückwand im Terrarium. Rückwände haben ganz viele Aufgaben und ich würde wirklich in jedes Terrarium eine Rückwand auch reinbauen. Zum einen sind sie dafür da, ein bisschen für Isolation zu sorgen. Das heißt, dass die Wärme nicht gleich aus dem Terrarium rausgehen kann. Das zweite, und das finde ich das nochmal deutlich wichtigere, es erhöht den Aktionsraum der Tiere. Das heißt, die Geckos können hier wirklich an der Wand hochklettern, entlangklettern. Sie können sich hier auf solche Ablagen legen und das tun sie auch sehr, sehr gerne. Und deswegen sollte man ihnen das auch wirklich unbedingt anbieten. Rückwände kann man fertig kaufen, kann man selber bauen. Es gibt ganz tolle Bauanleitungen. Wir haben auch in unserem Buch eine. Es gibt aber auch auf Homepages und auf YouTube ganz viele. Und es gibt auch professionelle Terrarien-Rückwandbauer, die einem solche Rückwände bauen. Was ihr hier sehen könnt, ist, dass wir hier wirklich solche Schichten haben. Das heißt, es ist eigentlich alles relativ horizontal gerichtet. Hat den Hintergrund, dass die Tiere so einfach besser klettern können. Wir wissen ja, Leopardgeckos haben keine Haftlamellen, mit denen sie einfach so an der Wand hochgehen können, sondern haben Krallen. Das heißt, wir wollen sie auch nicht zu sehr überfordern. Wir als Säugetiere, wir regulieren unsere Körpertemperatur immer selbst. Leopardgeckos können das nicht. Leopardgeckos sind immer von Umgebungstemperaturen abhängig. Das heißt, damit die die richtigen Temperaturen haben, damit die physiologischen Prozesse, die Verdauung richtig gut ablaufen können, brauchen Leopardgeckos eine gewisse Wärme. Das werden wir jetzt bei dem Terrarium realisieren, indem wir Spottstrahler verwenden, die für Wärme sorgen, aber auch mit einer Heizmatte. Wichtig ist, dass im Terrarium nicht überall gleich warm ist, sondern dass es unterschiedliche Temperaturzonen gibt. Das heißt, wir werden eine Zone schaffen, der besonders warm ist. In einem mittleren Bereich, wo die Temperatur abfällt und im hinteren Bereich soll es dann tatsächlich auch etwas kühler sein, dass sich die Leopardgeckos auch zurückziehen können, wenn es denen mal zu warm wird. Ich werde jetzt hier in das vordere Drittel erstmal eine Heizmatte kleben. Ich habe jetzt hier eine solche Heizmatte. Bei dem Terrarium, das wir hier haben, das steht leicht erhöht. Das ist gut, weil da können wir die einfach von unten dagegen kleben. Würde das Terrarium direkt oben drauf liegen und unten wäre die Bodenplatte, könnte es zu einem Hitzestau kommen und die Glasplatte könnte reißen vom Terrarium. Deswegen muss man dann das Terrarium immer so ein bisschen anheben. Wir machen das jetzt gleich mal drunter und werden dann von oben noch einen Heizstrahler hin machen, der dann für Bereiche mit noch höheren Temperaturen sorgt. Gut, ich klebe die Heizmatte jetzt hier eben, wie ich das vorhin gesagt habe, ins vordere Drittel. Jetzt klebt das gut. Prima. Das Kabel kommt jetzt an der Seite raus, das werde ich gleich nach hinten machen, dann wird man das auch gar nicht mehr sehen. Und jetzt haben wir schon den ersten Wärmebereich im Terrarium. Das ist noch nicht ausreichend für die Wärme, wir werden etwas mehr Temperaturen brauchen, aber die holen wir uns ja gleich mit einem Spottstrahler. Jetzt machen wir hier erstmal den Deckel wieder drauf. Wir realisieren eine gewisse Grundwärme mit der Heizmatte, die wir von unten installiert haben. Wir brauchen aber noch wärmere Bereiche. Wir wollen Bereiche, in denen es über 30 Grad wird, sogar 35 Grad ist eine ganz gute Temperatur. Das machen wir, indem wir so einen Spottstrahler verwenden. Diese Spottstrahler sollte man auf jeden Fall in einer Keramikfassung verwenden, zumindest wenn man über 60 Watt geht, weil die die Temperatur besser vertragen. Ich schraube das jetzt hier mal rein. Man kann die Spottstrahler entweder ins Terrarium hängen oder oben drauf stellen, zumindest wenn man hier so eine Drahtgaser hat. Der Vorteil, wenn man es ins Terrarium hängt, ist, dass man einfach weniger Watt braucht. Wie viel Watt man braucht, muss man leider individuell immer so ein bisschen ausprobieren. Das hängt nämlich davon ab, zum einen natürlich wie tief die Lampe hängt, zum anderen aber auch wie warm es in dem Raum sowieso schon ist und auch wie gut isoliert das Terrarium ist. Wir haben uns jetzt hier für dieses Terrarium, für eine Glühbirne mit 100 Watt entschieden, einfach weil es relativ weit oben ist und außerhalb des Terrariums. Das brauchen wir, damit unten die notwendige Wärme ankommt. Ich schalte hier mal an und wir sehen, wohlig warmes Licht. Wärme kriegen wir so auf jeden Fall rein. Wir werden später mal Temperaturen messen, wenn das Terrarium richtig eingerichtet ist. Das ist aber fürs Auge, das sieht immer noch nicht schön aus. Das ist noch sehr, sehr dunkel und auch wenn man Pflanzen verwenden möchte oder so, das ist, also man sollte auf jeden Fall noch eine andere Beleuchtung dazu bringen. Ich verwende dafür gerne Leutstoffröhren. Man kann aber auch LED verwenden. Es gibt mittlerweile sehr, sehr gute LEDs, die für tagaktive Reptilien nicht ganz so gut geeignet sind, für dämmerungsaktive Tiere und nachtaktive Tiere, für Leopardgeckos aber völlig ausreichend sind. So, wie gesagt, ich verwende hier eine Leutstoffröhre mit Reflektor. Reflektoren sind wichtig, da kommt einfach nochmal mehr Helligkeit an. So, ich denke, ihr seht jetzt auch gleich den Unterschied. Wir haben jetzt fürs Auge deutlich mehr Licht. Das ist insgesamt heller und das sollte man sich auf jeden Fall gönnen. Da hat man auf jeden Fall, da hat man was von. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020